Hallo, und da wären wir wieder bei Let's Play Stronghold Crusader. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Achso, das Vorratslager ist voll. Habe ich gar nicht mitbekommen. So schnell geht das. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Tribok bereit. Flugzeit ist berechnet. Tribok bereit. Flugzeit ist berechnet. Tribok bereit. Gut, und jetzt bombardieren wir hier jede Menge Müll vom Kalifen, damit er was von uns abkriegt. Damit wir ihn für seine Schandtaten... Damit er für seine Schandtaten büßen kann. Wenigstens irgendwie... Wenigstens irgendwie... Triebock bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Flugzeit ist berechnet. Das ist wahre Macht. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wir haben nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Euer Gnade, Lagerungsgeräte bemannt. Na, na, können sie die Ritter besiegen? Ja, klar doch. Klar doch. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ein erträglicher Verlust. So muss das gehen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Hallo? Wie du willst. all right dieses gerät brauchen wir mehr baumeister euer gnaden was soll konstruiert werden belagerungsgeräte bemann womit kann ich dienen wir benötigen steine flugbahn ist berechnet eine nachricht vom kalifen eine nachricht vom kalifen bereitet euch zum sterben vor ungläubiger ja lauter nachrichten hier andauern da kann ich doch gar nicht reinreden was soll das okay also was wir im moment wirklich brauchen sind männer und zwar ganz viele damit wir welche anstauen können für die stürmung des buchers der burg und als wir es das erste mal versucht haben da hat er ist er mit seinen männern ausgerückt irgendwie also müssen wir doch gewappnet sein flugbahn ist berechnet ich glaube mehr triebe kehren nicht schlecht wie ein kartenhaus was wünscht ihr noch mal ein triebe das war ihre belagerungsgeräte und da ist er ihren belagerungsgeräte zum ruckum auch durch unsere jahre an linus weg Atlock. So, fattet um. Na spart. Tribok bereit, Sire. Wir geben unser Bestes. Tribok bereit, Sire. Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Okay, jetzt aber. Jetzt geht's rund. Okay. Nachdem das geschafft wäre. Ja gut, noch ein paar Männer. Wir benötigen Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Wir sind für die Rhymantik. Wir sind für die Rhymantik. Das ist wahre Macht. Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Schon wieder voll. Mann. Wackelig wie ein Kartenhaus. Schaut mal, wie das Vorratslager ausgebaut ist, ey. Unglaublich. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Flugbahn ist berechnet. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Treybock bereit, Sire. Treybock bereit, Sire. Treybock bereit, Sire. Da vor seiner Burg hat er auch Pech angebaut, also bricht da dauernd Feuer aus, wenn wir die, das Areal betreten. Treybock bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Treybock bereit, Sire. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Wir geben unser Bestes. Wir benötigen Steine. Flugbahn ist berechnet. Ja, das wird ein schwieriger Kampf. Ja, 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 ja. Ich muss mich auch grad ein bisschen konzentrieren, weil ich will ja schließlich alles schaffen. Ein erträglicher Auferlust. Der Kornspeicher wird wieder voll. Ist ja unglaublich. Hier schon. Weiß nicht, wie viele Häuser dafür benötigt werden. Eure Beliebtheit steigt. Treybock bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Die da hinten müssten wir irgendwie schaffen, die runterzukriegen. Die drei Säulen. Wirklich wie ein Kartenhaus. Wir benötigen Steine. Flugbahn ist berechnet. Treybock bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Macklich wie ein Kartenhaus. Speichern. Gut, wie viele Männer haben wir jetzt? 75. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Eine Nachricht vom Kalifen. Na, ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. Wir benötigen Steine. Ihre Macht. Treybock bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Wo der erst mal mit seinen Männern dahin sieht, werde ich... also währenddessen werde ich meine Truppe aufbauen. Äh... Na, nur dachte am Reknapp, hab er an, hat er... Triebock bereit, sire! Wir benötigen Steine! Flugbahn ist berechnet! Triebock bereit, sire! Flugbahn ist berechnet! Yeah! Gut, wie viele Männer? 107, das reicht aber noch nicht. Wackelig wie ein kalten Haus. Wir benötigen Holz! Wir benötigen... ... ... ... Triebock bereit, sire! Flugbahn ist berechnet! Triebock bereit, sire! Flugbahn ist berechnet! Ja, bravo! Kurs... Tribock bereit, sire! flugbahn ist berechnet flugbahn ist berechnet tribok bereit flugbahn ist berechnet wackelig wie ein kaltenhau ok jetzt können wir aber langsam los hier bravo so jetzt können wir aber los tribok bereit flugbahn ist berechnet tribok bereit eine nachricht vom kalifen was ihr wagt es in meine ländereien einzufallen dafür werdet ihr büßen wir benötigen steine flugbahn ist berechnet tribok bereit flugbahn ist berechnet bravo da kommen da sind seine männer da ich weiß nur nicht wie viele da hat schon reichlich kohle der hat schon reichlich kohle und da kommen schon seine anderen männer also doch nicht so überheblich denken wir benötigen steine flugbahn ist berechnet tribok bereit flugbahn ist berechnet wackelig wie ein kaltenhaus tribok bereit flugbahn ist berechnet tribok bereit flugbahn ist berechnet ha 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 ne das stinkt wirklich wie ein kaltenhaus das denkt ihr wohl ihr könntet mich überrumpeln nein tribok bereit flugbahn ist berechnet flugbahn ist berechnet ok da kommen noch so ein paar ein erträglicher verlust speichern da kommen noch paar und danach dann wirklich jetzt aber wirklich na dann los durchgreifen wir benötigen gold aber bis dahin sehen wir uns im nächsten part na wartet noch paar minuten können wir noch schaffen so schwer ist das nicht tribok bereit flugbahn ist berechnet 1 2 minuten noch flugbahn ist berechnet flugbahn ist berechnet flugbahn ist berechnet wackelig wie ein kaltenhaus so bravo aber der will nicht mit seinen männern aufgeben das verstehe ich nicht immer eine ladung nach der anderen los schicken flugbahn ist berechnet flugbahn ist berechnet wackelig wie ein kaltenhaus tribok bereit flugbahn ist berechnet tribok bereit flugbahn ist berechnet tribok bereit sire flugbahn ist berechnet okay meine erste welle kommt jetzt los eine nachricht vom kalifen okay jetzt die nächste welle los eine nachricht vom kalifen ihr seid schwach und gläubiger meine streitkräfte werden euch letzten endes in die knie zwingen ja wie gefällt euch das das ist wahre macht triebock flugbahn ist berechnet zum ok ok moichelmörder sofort ihr habt nicht genügend güter wie ein kartenhaus ich sehe es schon wir brauchen moichelmörder und zwar ganz viele jetzt ein erträglicher verlust wo ihm hat uns alle nennt aber alfa der sotter triebock flugbahn ist berechnet eine nachricht vom kalifen bewegt eure armeen ausreichbar meiner burgwähle und zwar sofort al-hisanu sarih kriolo eine nachricht vom kalifen bleibt meinen ländereien fern ungläubiger bleibt fern wir benötigen steine wir benötigen steine al-hisanu sarih na 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 ja geschafft ich werde es euch schon zeigen ungläubiger helllich wie ein kartenhaus ok ok wir sehen uns erst im nächsten part dann machen wir auch den letzten kalifen fertig also danke fürs zusehen ciao so 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 so